Ich kann nicht zurückkommen. Geh was du von der Pod willst. Wir werden es. Ich weiß, wer du warst, Nikolai. Dann wirst du wissen, warum ich einen Mann machen muss. Nicht diesen Namen benutzen. Äh, nicht den Namen benutzen. Äh, nicht den Namen benutzen. Äh, nicht den Namen benutzen. Schon Jungs. Uh, funkt schon super. Die Willkommensparte ist schon da. Wow, wo bist du hin? Wapp, ausgewichen. Und die Willkommensparte ist weg. Das Willkommenskomite. Ah, jetzt kommen die Kosen wieder. Und sind gleich wieder weg, die Kosen. Jep. Wo schießt denn du? Hast du irgendwann einen Boss gesehen? Da ist was. Was? Uh, fast. Zwei von denen. Süß. Nip. Ah, sowas mit dir gleich. Oh, ganz schlecht Stimming, Junge. Oh, ganz schlecht Stimming, Junge. Ganz ziemlich lockerer Start. Na sicher, ich hab dieses Level schon mal gespielt, aber versagt. Und werden wir sehen, wo das schwierige Teil kommt. Was? Mit dem Colosseum ähnlich. Mit dem Colosseum ähnlich. Nichts rücken. Ja. Uff, uff, uff. Oh, vielleicht. Vielleicht bin ich da versagt. Boah. Okay, okay. Ich verstehe. Ist doch nicht so leicht. Wow. Teleportieren. Geil. Über die Kleinen rein. Bist du hin. Da. In die Hölle bist du hin. Kommen Mutanten in die Hölle? Mit sicheren eigenen Glauben. Ob Mutantenkirchensteuer zahlen müssen? Oh. Ich sollte nicht in die Richtung gehen. Google. Ah, Google. Wo ist meine Google? Eine Google. Treffen muss man sie auch. Trefft es mich nicht. Lululululululul. Pekt doch. Wo ist Google? Da kommt doch noch was. ah komm schon ich schätze wir müssen uns wieder um die großen da kümmern oh 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 schaden oh wo ist der andere äh äh ja 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 ich hoffe es nicht aussieht ne aber auch egal ja 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 wirklich großer ja ja ich werde dann wahrscheinlich an Mutanten zu Menschen Switch kommen von den Gegnern Oh, das sollte ich nur mal wissen. Ich habe das Level ja gespielt. Mal schauen, ob ich recht habe. Ja, ja. Wir wissen schon, dass ich da bin. Auf Kurs. Das ist nice. Uh, 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 uh. Und das. Wow. Das Leben. Das hat extra vorbeikommen an müssen. Sehr großzügig. Das macht mir schon Schaden, die Jungs. Das ist doch irgendwo noch ein großer oder so. Mit Spezialeffekten. Nein. Letztens bin ich da einfach reingestürmt und gestorben. Oh, das ist so ausgegangen. Wer schüttelt denn da mit was herum draußen? Rumgeschüttelt. Habt mich wahrscheinlich gestorben bin. Kommt um die Ecke da. Kommt. Nimm, Muni. S. Mal klären, mal die großen Jungs pushen. Oh, vielleicht ein Fehler. Beierklappabend, Fehler. Beierklappabend, Fehler. Hallo, Sniper. Krieg's gut? Nein. Mach mal die großen Jungs pushen. Stehen gerade zurück da. Oh, ist da was explodiert neben dir? Oh, es tut mir leid. Oh, das hat Schaden gemacht. Warte, hab ich gar nicht erwischt. Nice. Da ist irgendwo wieder ein Post gekommen. Oh, da ist der Boss. Nix da. Ah, doch, lab noch. Die Kugel lassen wir in Ruhe. Gehen wir zu den Snipern rüber. Schutz. Oh, Sniper. Oh, okay. War die Kugel nicht wert. Eindeutig. Da wohnen wir auch. Verwirr'n mich. Nice. Ups, hat erbrochen. Ich krieg mal ein Mutants. Yep. Ich bin schon da. Schon rein, Jungs. Boah, sag' ich doch. Das ist, glaube ich, die Zeit für die andere Waffe. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho. Mal Ruhe, da. Oh, fliegen die auch noch? Deswegen geht es das so ab. Oh. Oh, fliege der Bus zuerst weg. Oh, ist ja schön, ist ja schön. Oh, komm schon. Das kann ich doch fast hier schießen. So, dass ich das letzte Mal gerade gegangen bin. Eindeutig, das ganze Chaos hier. Nöp. Oh, netter Versuch. Wieder ein Boss. Wow. Okay. Okay. Okay, verstehe. Was haben wir da? Werden da? Oh. Ach, komm. Was ist gespawnt? Oh. Oh, was ist gespawnt? Nicht. Keine fliegenden. Für mich erlaubt. No fly zone. Uuhh. Ui. Gucken wir mal, Schluss da. Auffliegende wieder. Jetzt mal umschauen. Wie geht der an Priorität? Er schaut gut aus. Jetzt können wir alles exportieren. Das war's mit dem Großen. Wenn mir nur zu schaut, die Jungs da. Die Showgenossen. Oh, kann ich ihn adoptieren? Nein? Nichts? Okay. Die Showgenossen. Die Showgenossen. Okay. Ja, ich bin nicht so sicher über das. Okay, es ist ein Loot. Access Granted. Thanks, Spot. Das ist gut. Das ist immer gut für mich, also. Thanks. Ja, ich wollte das nicht sagen. Okay. Der Loot sammeln. So, das wäre geklärt. Danke fürs Zuschauen und tschüss.